hallo und herzlich willkommen zu einer neuen runde von den sims 2 ja ich bin heute im hause antonini anton antonini und hier sind ja unsere drei katzen eingezogen und die allegra ist gleich auch sogar schon erwachsen geworden sie war ja nicht ganz so jung wie anderen beiden und ja unsere olga will aber noch mehr haben und da sag ich mal bin ich auf dem wege dahin aber wir dürfen natürlich an die anderen nicht vergessen zum beispiel eben adelheid unsere kleine süße adelheid die gerade ein bisschen müde geworden ist okay ich gucke mal gerade was denn die oma macht die alina die schaut gerade fernsehen ich weiß nicht ob sie den heutigen tag überleben wird müssen wir mal gucken bring mal die adelheid ins bettchen um dann kannst du hier das noch aufräumen und das ist schon gelehrt alles gut alina verliert etwas begeisterung für spiele das macht nichts sie ist ja sowieso basteln kochen das ist in ordnung ja alle anderen scheinen auch hier zu sein okay ich habe ja da wir einen ein katzen zimmer gemacht haben hier habe ich musste ich irgendwie den computer hier nach draußen bringen ja wohl so jetzt gucke ich mal unsere allegra ist hier und verliehen die sind im anderen und paulchen wo ist paulchen paulchen wo bist du ich sehe nicht ich sehe nicht wo ist er denn paulchen der so klein dass ich den gar nicht gesehen habe so hier bist du okay olga da du jetzt diese katzen noch alle haben wollte und alle jetzt erwachsen geworden ist loben für möbel nicht zu kratzen genau sie ist natürlich dafür jetzt zuständig ich habe sie schon genau ich habe sie schon so und dann also mein um einsatz zu beenden ich habe sie schon kündigen lassen genau anton spiel auch mal ein bisschen mit den katzen hat er heute frei ach Gott ja okay dann liebhaben leckerchen geben liebhaben knudeln und dann spielen noch mal kurz mit denen sind sie auch ganz gut versorgt sind dann gucke ich mal was ellen so macht ellen du träumst du was machst du hier träumen oder lesen ich glaube du könntest auch schlafen glaube ich stehe mal auf maximilian ist fertig so dann schlafen allheit wurde mittlerweile juck und achten nach alina macht musik naja gut dass ich sie ein bisschen musik machen das ist okay und anton beschäftigt sich noch mit dem paulchen somit sind sie alle ein bisschen beschäftigt alle kriegt was beigebracht die ist doch echt süß die alika oder also ich bin ja echt der meinung dass paulchen unser männchen sein wird und die alika auf jeden fall das weibchen ich bin am überlegen ob ich verliehen sobald die erwachsen ist nicht zu familie katz zurück beordere weil dort beide katzen gestorben sind ich weiß nicht ob ich dort so lange schon noch warten kann oder so ach Gott die zwei die sehen sich auch total ähnlich oder aber alegra wird denke ich auch hier bleiben ich finde die so schön und das wird unser zuchtmädchen werden sozusagen genau das wird diejenige sein kann aber sehr gut sein dass ich dann paulchen nach dem ersten mal auch weiter gebe nachdem sie dann schwanger ist dass ich dann paulchen auch abgebe und ja ich weiß noch gar nicht so ganz genau wie viele tiere ich eigentlich haben darf ich glaube drei war auch mal das meiste was ich gehabt hatte aber ich ja ich bin mir eben nicht sicher nicht viel hatte ich mal gehabt das war auch nachdem ein pärchen zwei kids bekommen hatten machst du weiter ja ja ihr lernt noch weiter okay super und dann hat schon wieder aufgehört und dann noch mal was mit verliehen oben für verspielt hat mit anderen ja das darf sie doch lieben leckerchen und also es ist auch natürlich für olga ist natürlich auch sehr sehr ich sag mal wichtig olga erzieht sozusagen die katzen und ja also dass sie eben die möbel nicht zerkratzen dass sie auf die toilette gehen also dass sie nicht irgendwo hin machen sozusagen und auf die katzentoilette gehen und dass sie einfach verspielt sind und nicht aggressiv nach möglichkeit so das liegt natürlich ein bisschen auch an deren persönlichkeit sowie hier oder momentan da wo bist du denn da unserer legger ist eine schlaue aber sie ist auch ängstlich und penibel zum beispiel ups verliehen sowas meinte ich zum beispiel ausschimpfen für auf dem boden pinken so dass das geht gar nicht mehr also ausgeschimpft werden also das muss ich natürlich dann auch immer noch machen wird auch nicht gespielt ist aufwischen der rest verliehen ist hyperaktiv und zutraulich und paulchen hyperaktiv ängstlich und penibel das vergesse ich immer wieder gerne also dass weiß ich aber auch momentan noch gar nicht was was mir das sagen soll dass ich gestehen ob das manchmal gut oder schlecht oder wie auch immer alle klar kann jetzt komm her sagen sie braucht jetzt aber auch energie und sehr schön müssen wir sie noch loben liebhaben liebhaben streichen und dann kriegt auch noch ein leckerchen und ich glaube dann kann sie eben ein bisschen schlafen wahrscheinlich so und du machst uns oder holst uns mal was aus dem kühlschrank ich mal nach den kids allen dem geht es eigentlich jetzt ganz gut was kann ich denn dir noch gutes tun also jetzt ist ja sonntag und er mag eigentlich basteln oder soll ich mal ein bisschen was mit ihm lernen um fitness ist noch wie es ist ja total abgegangen dann kannst du mal ein bisschen hier im swimming pool mal ein bisschen deine fitness erneuern alina hat wahrscheinlich schon das habe ich gar nicht mitgekriegt alina hat die adelheit rausgeholt oder ist adelheit allein raus geht es auch ganz gut die kann ja jetzt schon alles meine ich zumindest oder 123 und mechanik charisma und logik das könnte wir eigentlich hier spielen wir den klötzchen hier geknüttelt werden hier machen wir jetzt das hier leer dann gehen wir selber auf das töpfchen so wir haben 17 45 und es brennt es brennt was macht ihr da unten was habt ihr denn gemacht zum glück ist unser feuer wenn man da ich muss mal kurz zu alina beziehungsweise die schicke ich mal zum duschen und dann ganz auf toilette gehen und die olga die kann jetzt erst mal was essen gratulieren gratulieren die faust nix machen das hat doch bestimmt unser buttler oder wer auch immer oder werden das da rein gemacht so ich gucke jetzt gerade mal nach alina wie es ihr geht ja die salina jetzt geworden 76 76 76 ach gott wie sie wie sie da ach du meine güte wie sie da rausguckt das habe ich ja noch nie gesehen moment das muss ich jetzt da muss ich jetzt gerade mal ach wie süß guck mal das finde ich ja ein cooles foto halt echt das finde ich ja cool hat es jetzt unendlich fotografiert ja ne das ist doch ein tolles tolles foto oder das ist ja klasse so jetzt gehe ich noch mal ein bisschen weiter weil ich echt momentan ganz nicht so sicher bin ob sie nicht doch vom unserem sense man doch noch abgeholt wird bleibe ich gerade mal ein bisschen bei alina alina die mit ihrem mannach nach nach schönssichtingen kam ganz alleine die hier in dieses haus eingezogen ist mit ihrem mann die ein platin level hat die jetzt 76 ist die ja vor einiger zeit schon ihren mann sandro verloren hat der an altersschwäche gestorben ist aber sie scheint vielleicht sogar echt noch ein jahr zu haben ein tag einen tag zu haben ich sage halt immer gerne 76 jahre auch wenn hier mehr tage steht nur aber das ist also okay dann gehe ich mal kurz doch noch mal runter holger genau ähm dusch mal ein bisschen und unsere allegra jetzt gucke ich mal ganz kurz hier die hat so ein bisschen okay sehr gut das wollte ich nicht ich wollte auf die toilette dass sie geht und dann kannst du noch mal bitte ich ein bisschen um die kleinen kümmern ähm das paulchen noch mal liebhaben und mit ihm kurz mal spielen was ist denn eigentlich das vierte spiel spiel mit einfach nur okay äh äh schwimmt super dass er das auch wirklich mal alleine hier macht ganz toll so spielen einfach mal spielen mit ja das kann ich so auch nochmal machen unser anton räumt gerade was auf also Olga wird äh in Zukunft einiges zu tun haben das sind ja ihre ersten drei ich bin echt mal gespannt äh wie weit es dann kommen wird oh Aline unser Butler geht nach Hause Aline spielt wow und äh Adelheit macht ja hier einen Punkt nach dem anderen Mechanik schon drei Mechanikpunkte hast du geschafft jetzt super du bist ein der Hase mach noch ein bisschen Charisma bevor wir dich ins Bett tragen und da halte ich ein bisschen mit dem Hasen getragen werden nee 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 was machst du mit deinem Kind du sollst dich um deine Katzen kümmern hier Paulchen Loben für Tierfutter fressen nee komm Lobt mal Paulchen sehr schön Loben für ein Tierbett liegen wobei die jetzt dann auch raus muss ach shit egal so na ganz ganz toll dass du ins Tierbettchen gehst juhu 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 nimmt er das nee ich dachte jetzt geht er da rein ach Gott wie die so süß sind oder die sind so ganz knuffig klein er geht raus oh er legt sich jetzt hier rein genau ich lege mich draußen in das Körbchen schade finde ich nur dass sie nicht zusammen kuscheln gehen in ein Körbchen das geht nicht ne das machen die nicht das finde ich echt sehr schade dann hätten die Körbchen ein bisschen kleiner sein können finde ich jetzt aber gut okay so dann würde ich mal behaupten Moment sonst hat jetzt eigentlich keiner Hunger dann gehen wir Olga machen wir das Essen wieder weg und wo hat er jetzt noch was drin TV Snacks dann nehm die mal da raus jetzt muss ich mal gucken die sind bestimmt verbrannt oder so oder ich mag auch übrigens diese TV Snacks ja nicht so das hat auch unser Butler gemacht oder so stell es mal da hin komm nicht nicht servieren aufräumen und dann kannst du mal ins Bettchen gehen ach der Anton ist schon im Bett und Adelheid ist jetzt auch müde ja Adelheid ist jetzt total müde also wobei die Oma kommt schon und bringt sie einfach mal echt ins Bettchen und dann hier unten könnte ich schlafen und Ellen wo ist Ellen der spielt hier unten Ellen ach Gott streicheln komm wir streicheln mal den ach hattest du hat er auch angefangen einen Schneemann zu machen Ellen komm mal raus da zu schaukeln haft zu schaukeln streichel mal den Pinguin also ich hab ja mal so das ist schon länger her ähm geguckt ob es irgendwas gibt ähm da kann man äh ob ob was weiß ich ob bei Krankheiten oder was einfach mit dem Pinguin eigentlich ist ach Gott er lässt sich streicheln so roh 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 aber er scheint einfach nur zu kommen vor allen Dingen immer zu Schneemann ja ich war der steht hier gerade im Weg ne da jetzt vielleicht und er scheint nur dann zu kommen wenn es sehr kalt ist und so und übrigens Ellen wenn du jetzt im Schnee mit boah mit Badehosen da schüttelst mich ja jetzt gerade schon und ähm ja genau du die ist ja genau ich dachte es mir fast schon komm rein ei 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 komm oh Gott der ist ganz blau im Gesicht komm hör auf Ellen Ellen hör auf der Schneemann ist in Ordnung wir können sie irgendwann später äh ja jetzt hat er Husten na toll äh wo geht es denn hier hoch sag mal muss ich mal neues Ding es geht nur an der Seite hier hoch was ist denn das ich weiß gar nicht können sie uns auch erfrieren ich weiß es gar nicht ach du meine Güte der ist ganz blau Hilfe geh mal geh mal duschen ich kann es zwar nicht eingeben äh ach so ich kann es zwar nicht nicht eingeben ähm dass du warm duschen sollst oder so aber mach einfach mal geh mal duschen komm los dann wird es dir hoffentlich warm wieder braucht es zwar die Dusche nicht aber er bräuchte die Wärme ja es wird schon ein bisschen wärmer hier okay komm 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 noch ein bisschen mach es warm Himmel hilf so naja gut so ein bisschen jetzt bist du zumindest wieder oder hä was macht denn jetzt ach so warum ach so doch warum hast du eigentlich so kurze Sachen an hast du keine habe ich bei ihm noch nie was anderes ihm anziehen lassen oh Gott ich fürchte Allegra spielt mit der Maus hier mach mal sauber und den Napfeln und dann kannst du dir selbst auch noch mal was restmäßig rausholen so das da okay und dann wieder weg räumen und danach würde ich dich jetzt gerne noch mal ins Bettchen eigentlich erstmal schicken ich hoffe danach ist dir wieder warm meine Güte wobei vor dem Bettchen gehen guck ich mal an ob ich was für dich Outfit zusammenstellen ob wir noch was warms würde ich haben sommermäßiges halt einfach so Adelheit ist schon wach Anton äh bring die mal aufs Bettchen und danach kannst du ihr was eine Flasche holen ja während die hier langsam schon wieder wach werden und unser Ellen immer noch ja jetzt jetzt ist ihm wieder warm geworden auch zum Glück also während Ellen jetzt zum Glück wieder ihm warm geworden ist ähm sage ich jetzt ein Tschüss und Goodbye und wir sehen uns bei der nächsten Runde von den Sims Alekrat spielt und die Katzen sind einfach sie sie lieben ihr Spielzimmer ihr ihr Katzenzimmer ein eigenes Katzenzimmer sie lieben es einfach so Tschüss und Ciao bis zum nächsten Mal eure Saki Night Owl Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.